Kapi, Lars und Mary sind mit dabei mit mir und Randoms, die jetzt noch mit dazukommen. Starte doch einfach. Eine Runde zu viert? Eine Runde zu viert. Okay, eine Runde zu viert. Alle sind im Voice. Ich mute mich. Gut. Oh, verdammt. Let's mich scannen. Die Aufgabe ist cool. Muss man nur rumstehen. Okay, irgendjemand hat die Tür verschlossen. Ich vermute mal, es war ein Imposter. Ach, was. Zwangi on the way. Ich bin demutet. Die anderen können mich nicht führen. Ach, Elektriker hätte ich was machen müssen. Ich bin heute in der Schnarchnase. So wie hier Downloads mache ich das halt als erstes. Elektriker ist auch gefährlich. Was? Ich war gerade bei Communications und Mary ist gestorben. Ja, und ich habe so einen Admin gefunden. Ich habe aber vermutungen, dass es Zwergi ist, weil da... Ich war bei Communications und habe dort die Task gemacht. Ich weiß nicht. Wo war die Leiche? Bei Communication dort an der Wand dieses... ...des Dings habe ich gemacht. Wo war die Leiche? Im Admin. Ich war in Communications, Admin ist... Na gut, okay. Ich habe kein weiterer Bild. Ich war es nicht. Ich glaube es mir. Copy war es. Tja. Ja, kann sein. Kann sein. Kann sein. Ich habe im Admin noch was zu tun. Ich muss da hin. Machen wir es mal hier. Na, kommt noch jemand. Wir brauchen den zweiten... Cabi. Ist doch klar, dass der... Es verschließt alle Türen. Ist doch klar, dass er es ist. Ich muss zu Elektriker. Haben wir uns gut aufgehalten. Konnte keinen von uns töten. Ach, was. Zwergi ist schuldig. Zwergi ist schuldig. Ja, klar. Ich habe es doch gewusst. Ich habe es doch gewusst. Ja, die Tür nicht versperrt gehen, hätte ich auch um den Knopf getroffen. Weil die Kabel hinterhergelaufen ist. Ja, das war ja... Als er sich dann eingesperrt hat. Als er uns dann eingesperrt hat. Das war ja klar. Das war in der Not. Da haben wir uns zum Glück noch aufgehalten. Das war dann... So, da komme ich jetzt mal hin und es mal dazu. Genes. Oh, wir haben Türken dabei. Wie ein Crew-Mate. Natürlich, was auch sonst. Ich gehe direkt zu Elektriker. Nein, direkt wäre er über Storage. Wenn ich über Storage gehen würde, dann wäre das. Direkt. Ich gehe dann ganz schön umweg. Gut. Elektriker, der gefährlichste Ort hier im Spiel. Und jetzt bin ich auch reingesperrt. Lass mich raus. Juhu. Storage, hier habe ich noch eine Quest. Andernotzen, dort überall rechts. Ja. Ich ignoriere jetzt mal den Call hier. Ich ignoriere die Kernschmelze. Na gut, jetzt ist vorbei. Okay, ist vorbei. Lass es, wer ist das? Niemand ist tot? Wai, 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 wap? Türken. Kon, wai. Komm, skipp. Lass uns skippen. Ich bin für ihn jetzt. Einfach mal skippen. Einfach mal es nicht wissen. so verblieben sind 32 ja kommt auf die definition an ja gut das nicht was ist mit grün los was ist mit grün los meine fräse grün haben sie an enthalten blau war für mich das merke ich mir juhu mein handgelenk ist in Ordnung kann sie ja beim nächsten stream mit dabei sein alle auf einem Haufen bin ich noch zu hören ich habe schon nicht sehr gut ich ignoie jetzt mal den den Ausfall den Alarm ich muss das hier schaffen ach mensch da hat jemand gewonnen so nächste Runde Mary dein Mikro ist ein bisschen leise du musst vielleicht mal näher ans Handy gehen oder wenn man dich hört ich bin am Handy also ich kann nicht jagen ich habe keinen Lappen du bist ziemlich leise dann musst du deinen Mund nicht an das Handy an das Handy ran wenn du sprichst gut ich will bei meinen Tasks admin ich will mal ein Poster sein hier rot bringt mich gleich um ich bin sowas wie tot ich habe hier so ein Poster das sehe ich doch ach endlich was hast du noch gemacht Kabi das war wie es das du wärst dich sehr verdächtig mein Lieber ich bin gleich so was mal tot ich folge dir ich bin ganz müde ich folge dir so hier die Task die lange Task bin das habe mich gleich geübtet kurz bevor ich fertig bin so in U2 habe ich da ziemlich noch was ich mache hier erst mal weiter ja, ich halte Rot für sehr verdächtig Noch hat er mich nicht getötet. Das würde er vielleicht gleich tun. Da muss ich rüber. Oder was? Wo ist der Name? Hier ist was. Aber das ist eine Task. Jetzt habe ich den Namen wieder ignoriert. Glätte einsaugen. So, ich mache einfach meine Tasks. So kann man auch gewinnen. Wenn man einfach seine Tasks macht. Wer auch macht das für einen Part. Und wir sollen unsere Tasks einfach erledigen. Und fertig sind, bevor der Mörder den Poster töten kann. So, Download. Komm, das ist mein Tablet. Ach, Mann Lars, warum musstest du schon wieder sterben? Was ist passiert? Was ist denn jetzt passiert? Wir haben noch gar nicht gewolltet. Aber du bist, du bist sehr, sehr süß. Ich habe einen Hacker drin. Ich habe einen Hacker drin. Ich hatte ganz schnell nur eine Farbe. Ich habe nur die eine Farbe genenkt. Mary ist scheinbar noch nicht gemötet. Kommunikation ist, glaube ich, mein letzter Task. Mit der V-Aussetzung, dass man mich durchlässt. Rotes Imposter. Ich mache hier mein Download. Komm, es ist mein Tablet. Das muss warten. So, dann muss ich den lang hier rumwarten, glaube ich. Dann müssen wir. Dann müssen wir. Dann müssen wir. Gut, Edmund. Es ist gerade nur eine Aufgabe aufgekloppt. Lasst mich rein. Lasst mich rein. Lasst mich rein. Upload. Von meinem Tablet zu Headcorder. Erstmal von den Computern zu meinem Tablet. Dann von meinem Tablet zum Headcorder. Ich wusste es. 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 Kabi ist sowas von... Ich habe es die ganze Zeit gesagt. Also ich bin dafür, dass es hier ist. Ja, ist klar. Ist klar. Obwohl ich in Oktober war. Und vor allem jetzt hatte ich ihn zweimal hintereinander gewählt. Ruth ist dafür, dass es orange war. Alles klar. Ich glaube ihm auch noch. Ich habe es gewusst von Anfang an. Nicht so, wie ich es immer gemacht habe bei Schwarz und so. Im zweiten Part. Schwarz ist das. Ich habe es genau gesehen. So ein offensichtlicher Lübner. Ich habe es jetzt vor der engen Floschner aus der Tür stehen. Ich habe es jetzt vor der engen Floschner aus der Tür stehen. Ich habe es jetzt vor der engen Floschner aus der Tür stehen. Ich habe dich gesehen. Jetzt meine ich doch dich. Haha. Tja. Mary? Was sagst du denn nun? Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Ich habe schon versucht euch zu übermitteln. Ich habe schon als ich am Anfang getötet wurde. Ich wusste sofort. Karpius. Ich wusste schon bevor ich es schon am Anfang der Runde wusste. Karpius der Mörder. Was ist? Wäre dieser Bug in der ersten Runde nicht gewesen. Wäre Karpius von Anfang an schon aufgeflogen. Das ist gut. Nächste Runde. Wäre Karpius von Anfang an.